Welche Erfahrungen sind beim Leben mit einem Alkoholiker üblich? Obwohl jede Person und jede häusliche Situation einzigartig ist, können die Erfahrungen mit Alkoholikern ähnlich sein? Viele alkoholabhängige Menschen zeigen dasselbe Verhalten, obwohl sie in unterschiedlichen Familien leben. Stimmungsschwankungen, Lügen über Alkoholkonsum, Verstecken von Alkohol und Verzweiflung sind übliche Erfahrungen mit einem Alkoholiker? Einige Alkoholiker werden immer lauter, je mehr sie trinken, während andere dies nicht tun, jedoch neigen beide Arten dazu, nach und nach große Mengen Alkohol zu sich zu nehmen. Dieses Verhalten ist für Menschen, die mit einem Alkoholiker leben, oft unangenehm und kann für Personen mit Alkoholproblemen gefährlich sein? Alkoholiker können sich verletzen, wenn sie auf Möbel oder den Boden fallen. Alkoholiker, die mit einer brennenden Zigarette ohnmächtig werden, können in der Wohnung ein Feuer entfachen? Viele Menschen mit Alkoholproblemen neigen dazu, nicht richtig zu essen oder das Kochen für sich aufzugeben. Dies kann die Menschen, die mit ihnen leben, sehr belasten. Wenn andere sich nicht bemühen, den Alkoholikern dabei zu helfen, gesunde Mahlzeiten zu sich zu nehmen, kann die Person kranker werden und noch anfälliger für die ungesunden Auswirkungen des Alkoholismus. Das Leben mit einem Alkoholiker kann es schwierig machen, Gäste zu Hause zu haben, da er oder sie betrunken sein kann und peinliches Verhalten zeigt. Alkohol, insbesondere in großen Mengen, neigt bei vielen Menschen dazu, die Hemmung zu beeinträchtigen. Einige Alkoholiker werden wütend, während andere ihre Worte verschleiern und sich nicht regelmäßig unterhalten können. Wenn nüchtern, sind viele Alkoholiker vernünftige, sympathische Menschen, aber dies kann sich beim Trinken drastisch ändern. Zum Beispiel können Alkoholiker unhöfliche oder beleidigende Kommentare machen, wenn sie trinken, ohne auch nur die Gefühle anderer zu berücksichtigen. Das Zusammenleben mit einem Alkoholiker kann zu einem Verlust des persönlichen Freiraums und des Friedens führen, da er oder sie vielleicht gar nicht daran denkt, die Menschen im Haus mit inkohärenten Wutausbrüchen zu wecken. Zu anderen Zeiten kann der Alkoholiker den größten Teil des Tages im Bett bleiben. Viele Alkoholiker geben nicht zu, dass sie ein ernstes Alkoholproblem haben. Das Leben mit einem solchen Alkoholiker kann eine besondere Herausforderung sein, er oder sie kann Flaschen mit Alkohol in der Wohnung verstecken und oder kleine Alkoholbehälter überall hin mitnehmen. Die Planung von Veranstaltungen oder Terminen mit Alkoholikern kann frustrierend und unvorbasierbar sein, da er oder sie möglicherweise im Bett ohnmächtig wird und nicht ausgehen will oder kann. Das Leben mit einem Alkoholiker kann manchmal so aussehen, als würde man sich um ein kleines Kind kümmern, da der Betroffene mit einem ernsthaften Alkoholproblem möglicherweise nicht einmal seine Wäsche oder andere grundlegende Alltagsaufgaben erledigt.